Moin Moin aus Hamburg Heute Morgen mit Brille und Wuschelkopf Cardiotraining habe ich schon gemacht Jetzt gibt es mein Protein Eis und Chris Jones dazu Gucken Show ready, but ho ready würde er sagen Heute ist Manuel Berco in der Stadt und wir machen gleich Wir werden gleich ein Push Training machen im ZX Und ich nehme euch natürlich jetzt mal wieder so mit, Tapia wird natürlich auch filmen, Manuel auch Ihr werdet das quasi aus allen Perspektiven wie ihr jetzt gerade seht live miterleben und Brustkorb rasiert Throat und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020